Und das raus Zieh den an Pack den rein Gut, was nun? Ich kann mir Iron aussuchen Das ist ein bisschen unsinnig Das ist ein bisschen unsinnig Growing up in the world Circuit Frege Why do all the work? Automatic timber Harvesting trees starts to get boring after a while Why not have a machine that does that for you? Provide with a wooden axe and it shall chop them trees and collect the wood Needs fuel Put a book on the mouse Put a book on the mouse Automatic thief Out Aha Wenn wir, es heißt halt Wenn wir Stein, den Ofen tun Können wir Dirt ... äh können wir Lava heraus bekommen Irgendwie weiß ich von dem noch nicht Wo ist Morse Das werfen wir neue? Hört sich gut an aufm Fall. Das ist wieder nur Rock hier und kein Dirt. Das ist halt, wie da oben ist. Keine Ahnung. Ich habe wirklich die Frage, was machen? Ich brauche Lava. Wenn ich Lava hätte, dann wäre auch das Problem mit dem Stein gelöst. Aber eigentlich gut, das ist unsere Höhle. Die wird auch nicht mal ausgeschmückt. Die bleibt so wie es ist. Die bleibt, ist und bleibt hässlich. Aber dennoch halt. Keine Ahnung. Irgendwie muss ich Lava bekommen. Irgendwie muss ich Lava bekommen. Das ist schon halb sechs. Junge, Junge. Oha. Nein, nein, nein. Böse Dinger. Und hier drei? Die kommen dann. Wurde Nix. Ah, geht weg. Äh, gut. Ich brauche ein Schwert. Ziemlich dringend sogar. Jep. Rotten Flash. Jetzt kann man was essen. Nicht immer. Okay. Schau mal ein Spider. Ich sage, geh doch bitte nach Hause. Geh weg. Ich bin Pinball mit dir, Jung. Jetzt habe ich dir auf mich drauf springen. Heavy. Spring! mit bitte schlafen danke jeder tag nein kaputt schon mal was macht die scheiß frage das mitnehmen der auch sind sugarcans clay flint bone echt meine frage wie bekommen wir lava by putting stone in a furnace you can get lava really putting imi aber Mal gucken. Also keine Ahnung. Das ist gucken nicht schnell nach. Sorry. Hmmm. So. Mal kurz gucken. Wie machen wir Lava? Das hört sich nicht gut an. Geh mal hier kurz ins Eckchen. Ich muss mal. Keine Ahnung. Wie mache ich Lava? Hmmm. 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 Mal kurz gucken. Die holen das einfach nur raus. Aber das geht leider nicht schwer. Wenn du nirgends etwas ähnliches hast. Und das Eis. Das können wir. Dann haben wir zweimal Eis. Machen wir mal so. Ja. Jo. Hello. Again. Gibt es uns nen Water Bucket. Das ist cool. Was wir brauchen. Könnte ich noch nen Bucket bauen. Irgendwie. Theoretisch mit Kopfer oder Eisen können wir noch bauen. Aber jetzt haben wir noch Wasser. Das ist schon mal die halbe Miete. Aber was wir natürlich auch noch machen könnten. Theoretisch. Kann ich einfach Holz da reinwerfen? Ne. Geht nicht. Shit. Warte. Aber Äpfel können wir reinwerfen. Warum will ich eh nicht da drin. Seeds können wir theoretisch weg. Ah ne. Wir brauchen mal die Seeds. Die Saplings behalten wir auch mal noch. Patates können zum Beispiel weg. Also Hauptsache Saplings gehen mehr wie. Ich brauch mehr Baum farmen. Ich muss mehr Bäume farmen. Es ist mehr Saplings. Wie gesagt. Nein 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 nein. Nein. Du bist ein Scheissspinner. Ich klopke dich mit meiner Hau weg. Weg. Nein nein nein. Bin ich irgendwo? Ja. Ja. Bin tot. Ich bin tot. Ich bin noch nicht tot. Geh weg. Nach Hause. Nein. Halleluja. Meine lieben Damen und Herren. Das war ein bisschen knapp. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Weg mit dir. Was ist das dehydriertes? Carrots. Damit es natürlich. Ich weiß auch nicht ob das geht. Wenn wir da Wasser drauf tun. Was sind das dehydrierte? Ähm. Karotten. Was haben wir da wieder Wasser drauf tun? Haben wir wieder Karotten oder? Jetzt hoffe ich wir können mal ein bisschen ausschlafen. Und nicht wieder weg werden. Nein. Geht nicht. Ah shit. Wir verlieren Essen. Nein. Nein. Okay. Aber ich will mal sagen. War es das für heute? Äh. Hat mir auch immer Spaß gemacht. Alter. Geh nach Hause du scheiß Spinner. Und ähm. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Äh. Wie gesagt. Alle freuen hier schön auf. Ähm. YouTube. Wenn es geht. Ich muss noch klemmen. Ob ich das darf? Ich glaube schon. So oder nicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye.